Mein Name ist Marcel Barros, ich bin im Energiebüro daheim und das ist Carolin Schmidt, Klimapackbüro darin. Wir hatten das Ende des Jahres schon geplant, für verschiedene Crashkuren zu machen. Heute ist es im zweiten, der nächste war im Januar. Und da war es darum gegangen, dass wir den neuen Energien erneuer werden. Und weil die Solarenergie so viele Fassetten hat, machen wir ihn einzeln. Nun haben wir verschiedene Themen, die wir ein bisschen abgedeilt haben. Jetzt sehen wir mal, wie wichtig ist das Sonnen-System, wie wichtig ist das Sonnen überhaupt für den Planeten, für das Planeten-System. Und auch für die Erde ganz wichtig. Für die Sonnenenergie nutzen. Dann ein wenig Zürcher geht es, thermisch, für warmes Wasser. Und dann mit Luft, das ist eigentlich gut bekannt. Warm-Luft-Kollektoren, Solar-Luft-Kollektoren. Und dann Photovoltaik. Speicherung natürlich, das ist ein großes Thema. Und dann Off-Grid-Systeme, die nicht im Netz gebunden sind. Inselanlagen sind sie auf Deutsch. Und dann eben verschiedene Do-it-yourself-Lesungen. Die Sonne, also ein riesiger Körper. Alles dreht sich eigentlich rund um die Sonne. Die wird ungefähr 90,5 Prozent der gesamten Masse in unserem Sonnen-System. Die wird so stärker, durch die Masse wird eine immens starke Unziehungskraft. Und dafür hält sie all die Planeten hier im Schach. Seit Millionen für Jahren. Die Sonne hat ca. 5 Milliarden Jahre. Und das war auch impressionant. Das fand ich den Unterschied von der größten Ebene. Wenn man da guckt, die kleine Punkte im Vergleich zu der Sonne. Ich fand das schon immer sehr impressionant. Und dann noch die Distanz von 150 Kilometern. Ja, pardon. Ähm. Ähm. Das ist mir günstig. Sonst hängt eigentlich keine Rechnung. Ökologisch natürlich. Ähm. 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 Power to the people. Das ist, ähm. Das schüttere Saalwerbskammer. Da haben wir auch viele verschiedene Anwendungen. Von dem kleinen, ähm. 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 Solarkooperativ investieren. Eine weitere Anwendungen. Ich meine, das ist mehr aktuell wie nie. Na consensus. eye fuelsicherheit, ähm. 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 Äh. Ähm. 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 in den verschiedenen Energiequellen. Wenn ihr schaut, Kohlen hört ganz viel. Da haben sie einfach den Petrol als Basis geholt. Als 100. Den haben sie ungefähr gleichgestaltet mit Nukleärenergie. Kohlen als Nachmilch schlecht. Gas und Sonnenrömer ganz schlecht. Und dann Hydroelektrik. Wasserkraft ist schon viel besser. Photovoltaik natürlich. Wandkraft hat viel mehr Klängenimpakt. Obwohl Wandmühle ganz oft schlecht geriert gehen, geschwärt gehen. Eine Solarthermie. Das ist ein Anleitung, die Gedenken gebaut. Die produziert werden 20, 30 Jahre. Die produziert viel Kalorien, viel Kilowatten thermisch. Als Trinkwassererwärmung eine Woche als Heizungsunterstützung. Also 175 Mal Männerimpakt ökologisch hat den Wand am Vergleich zu am Vergleich zu einer Zentralthermik. Nein? Ah, die Quellegröße. Okay. Gut. Voilà. Das ist Energie. Also das, was wir kennen, solarthermische Energie, das sind entweder Flachkollektoren, wie Highlinks, kann ich da zwei holen, einfach nur für Trinkwasser, oder eben eine Großanlage für Heizungsunterstützung. Das ist ein Wärmespeicher, wo auch dann ein Heizsystem geht, z.B. Fußbodenheizung oder Radiateuren. So ist das Prinzip. Das ist ein wir haben hier ein hydraulisches Zirkuit, wo dann Solarflüssigkeit zirkuliert. An neusebreiten gerade braucht man das, weil die Bekaufe wie ein Autoskühler auch. Wenn du einfach Wasser dran möchtest, dann platzt das sobald friert. Dafür hast du Glukol und dann muss ich einen Wärmetauscher holen, wo dann die Hütze, die die Glukol gesammelt hat, dann eben an das Wasser übergeht. Da hat man z.B. auch eine Résistance-Elektrik, das ist zwar kein Sonnens, dann schaltet die Dote an mit einem Thermostat und der kann ihn aber trotzdem elektrisch noch hützen, für immer warm Wasser zu holen. Und da geht die Röhrenkollektoren, das sind die Vakuumröhren. Das ist schon heulös wie eine Mini-Vakuumröhre für heute. Das ist dann von gedürcht für an den Rucksack, kann ihn so klappen, da tut es wie so speicheln und da die Sonne strahlt hoch und eine Woche durch die speicheln auf die Rücksseite und da geht Wasser aufwärmt und da kann ich dann teemachen. Wenn du eine Stunde an die Sonne möchtest, dann ist ein kleines Thermometer drauf. Dann kann ich ihn dann so zusammen machen. Voilà. Dann passt an den Rucksack. Der Vierde läuft vorne aus, dass das eben, ich nimmst schon die Vakuumröhre, das ist wie ein Thermosflasch, das selbe ist das Prinzip. Da ziehe ich dadurch, dass das Vakuum zwischen den zwei Glastüben sind, einer an dem anderen, der verlägt keinen Ötzt. Und dann ist wichtig, weil bei kahlen Temperaturen, kahl- und Sonnestemperaturen, da verlägt immer so ein Flachkollektor, das kennen wir, weil das ist Eglasers, wie ein zerdiger Zerkase, bald Sonnforders, aber das war es doch da, da ist die dort und bei kahlen Außentemperaturen verlägt die viel Hützene oben, da ist ja, nur bei Hüssen, dadurch eben wie schlecht der Wirkungsgrad kriegt die Mannerenergie rausgezogen. Genau, der Vierdele, der Wirkungsgrad ist relativ heisch, im Vergleich zu Photovoltaik, muss ich wirklich sagen, Einsatz Energie gespeichert. Das kann Ihnen entweder schütt Trinkwasser erwärmen, oder eben mit Heizungsunterstützung wirklich am Frühjahrern am Heizung unterstützen. Und wenn ihn im Sommer Kiewerwässer muss hetzen, durch Masutzheizung, dann kann ihn mindestens 500 Liter Masutz spuren. Bei den heutigen Preisen von über den Euro hat ihn ein Alternativ, zum Beispiel einen Durchschlaf der Hitzer kann ihn benutzen, um den Masut nicht laufen zu lassen den ganzen Sommer. Das ist nur ein ganz schlechter Wirkungsgrad. Amortisation kann ungefähr von 10 Euro ausgehen. Das hängt immer von den Preisen auf. Natürlich kriegt ein Prämen vom Staat an, meist gemengen haben kommt. Bis ab eng gehen auch zusätzliche Prämen, die meistens noch prüben, das sind 35 Euro pro Meter Karre Panneau. Wenn zwei Panneuen hat, das ist nicht so viel wie eine 10 Meter Karre hat, dann sind aber noch 350 Euro dabei. Vierdele ist, wenn ein Photovoltaik durch den Kamen oder Beam, geht direkt die Anleicht, die Anleicht, die Brüste immer an. Wenn man auf einem Schlauch steht, kann kein Wasser durch. Das ist nicht so schlimm. Wenn ein Teil von Pannow verschattet, geht Wasser durch und der Rest kann trotzdem beleucht. Das Koffer ist eine ganze Reihe aus Koffer. Die sind in Blasch ungeschwäßt sozusagen. Man hat eine spezielle Beschichtung und die Wärme erhitzen die Flüssigkeit und die geht dann durch. Du hast einen Temperaturfühler am Pannow und vergleichst eine dauernde Temperatur mit einem Boiler. Sobald du 10 Grad mehr warm ist, lebt Pumpe und der warme Glykol transportiert heran und dadurch trink oder Heizungswasser erhitzt. Die Orientierung kann in Süd, Ost oder West machen und dann entweder eine Kleinklage das sind dann zwei Pannow so circa vier bis fünf mit Kari für Trinkwasser zu erhitzen das geht schon durch aber wenn er mehr muss er ein Minimum von sieben bei Röhren Kollektor sieben aber einem Flach Kollektor negen mit Kari das ist von einem Minimum vier können eine Bremse kriegen auf statt 4 und steht auch natürlich wenn ihr 12 Met Kari machen dann hört ihn umso mehr Energie speichern und kann ihm die 3% TWA aufführen am Platz von 17% damit man dann noch ein Stück mehr billig voilà ähm dann vergleiche manche zu Photovoltaik hört ein bisschen mehr Wacht du kann ein Pumpe mal hängen bleiben du kann der Fühler für die gön du kann bimol irgendwo in Füte sehen dass dann Luft dran ist und der Leftpumpe mit dem Glykol zirkuliert nicht das ist ein bisschen mehr wachtungsintensiv wie wenn ich ein Photovoltaik wo Kabel rauf kann und schon nicht mehr weiß riecht da das effektiv da steht doch dann Glykol Füte und so führung ja natürlich wenn ich will die Hütze brauche einen Wärmespeicher wo Heizungswasser und dann die verschiedenen Hälften vom Staat bei einer Klänge Anlage kann 2.500 Euro für ein E-Familienhaus kriegen maximal 50% die Anlage kostet 6.000 bis 8.000 Euro plus minus das hängt vom Hersteller auf und dann wenn man groß möchte dann sind wir schon bei 4.000 Euro vom Staat kriegt und oft den installateur und die Leute so der trainiert sich nicht den vielen Opfern spätestens los wo der Masut so teuer ist das ist eine ganz andere Sache der Masut wird praktisch verdübelt von 16 Cent bis 1,20 Euro also ist das viel mehr interessant all Kilowattstunden gratis vom Himmel kriegen und einen Anlage kaufen an Platz von Pellets wo ich alles was kaufen Masut oder Gas alles kaufen und gerade der Sommer wo ich nicht viel Hütz braucht als Entwicklung eine gute Alternative und ein Solarpanne hält aber ohne weiter als 20 bis 30 jahre robust Glas Aluminium und andere selber Koffer geht nicht viel vor die Appartementen haben ein bisschen mehr zu prümen weil die große Anlage sind das ist ziemlich interessant aber wahrscheinlich nicht so bekannt Solar to Heat also geht um Photovoltaik geht ein System das ist eine eisraelische Firma MyPV und die hat für 12 Jahre angefangen mit dem Gerät geht direkt mit Pöp Hanno hier drauf weil die Laderegel ist auch dran und das wichtig muss in Regeln weil die Sonne immer die Intensität variiert und das kann einen alternativ zu solare Thermie am Platz dass ich einen Boiler hole mit der ganze Installation mit den Warmwasser Panos kann ich die Panos machen die sie liegt die brauche ich nicht zu entlüften du hast ein Kabel den sie verbindet und der Strom kann halt drauf und der geht an der Warmwasser Boiler angeschraubt dann ist das wie ein Tauchsieder und da kann ich Temperatur ausstellen und für ein System wo ich und das hat als Wieselstrom durch den Wieselrichter den allen Menschen also wenn ein Photovoltaik wird in den Wieselrichter an das Netz geht wo der Gleichstrom an Wieselstrom umgewandelt wird damit es netzkompatibel ist und hier funktioniert mit Wieselstrom da ist ein Apparat der meist empfängt der Stromfluss an das Netz geht für das gut aber wir haben nach Chance 15 Cent Kilowatt heute zu Lützebüch für alle Kilowatt verkaufen und nicht aktuell wenn wir einen aktuell Anleger montieren in anderen Ländern in Deutschland Schweiz Österreich hat viele Männer und rentiert das nicht für die Energie zu verkaufen dann ist es besser nutzt den selber aber wenn ich nutze den die guckt wie viel als Überschuss bei Bord zu dem was gebraucht geht wenn 5.000 Watt vom Dach kommen zu viel und verkaufen nicht für einen böllischen Preis an den Netz also es ist besser selber zu nutzen und der Apparat kostet rund 1.000 Euro das ist keine riesige Formation und kann 3.000 Watt Heizpatronen aussteuern mal mehr mal Männer natürlich fängt mit der Richter und mit der Zweite kann wirklich jene Lichtung also auch jene Sonnenangebot kann mehr oder Männer auch speichern voilà ich habe ein kleines Tableau gemacht um zu vergleichen das Photovoltaik pardon Photovoltaik und wenn 10 Panne kaufen Preis plus minus 2500 Euro dann in so ein Apparat den die Regelung tun mit dem Tauchsider und dann das für das Ganze zu installieren vielleicht noch 1000 Euro oder 5.000 Euro wie das elektrisch und dann warm Wasser mit Glykol kann ich rechnen 3.500 Watt 5.000 Metacarie mit 750 Watt die produziert gehen den Kästepunkt leid zwischen 6 und 8 vielleicht 9.000 Euro haben ganz davon auf dann wird die Primen 2500 vom Staat plus eine Reikauf von der Gemeinde und dann leiden bei 3.000 4000 mit den abwand für montagers manner bei der photovoltaik wie dort da muss die leitungen zu gehen und so fähren also wirklich Reha die isoliert sind die müssen durch eine Gemeinde benutzt geht irgendwie muss vom Keller bis her kommen oder von oeven rauf in 12 hole dann und dann kommen wir bei warm luft kollektor wir sind bei thermischen kollektoren wir produzieren hüten aber das ist das medium nicht mit glückol und wenn es gibt Länder wo es nicht frei hat da braucht natürlich kein glückol da holt die wasser die am süden verspringen die röhren kollektoren man behält den oeven und da geht dann einfach hüten weil das warme wasser geht und dusch und das dote ist natürlich auch franzsicher da geht verschiedene sorten also das do it yourself das sind getränkedosen die abgebaut sind zusammen gepasst an den Küst gemacht und Kanada geht eine Firma die verkauft die dote für 2000 US Dollar oder Kanadisch Dollar das dann für die Leute suchen die wollen dass sie ökologisch sind die kann ihr dann eine Fassade machen da geht dann ehlach durch die Wand gemäht und du hast ein Thermostat dran sobald der Sonnen rupsch scheint die geringste Sonnenstrahl hat direkt 25 30 Grad da lebt der Ventilator und frischluft verbaut sind geht viel gehützt und dann ran was geschieht dann wenn ein Thermostat nicht die Heizung läuft aus und frisch viel gewärmte Warmluft und Haus und da geht das ist interessant von die vielen verschiedenen Typen die ausgestaltet sind alles Warmluft Kollektor und hier wird ein schwarzes Blech dran und viele verschiedene Häusern Deutsche Firma die baut Konsola oder ich kann die auch selber bauen da gibt so Baupläne am Internet wichtig ist ein schwarzes Fass etwas durch dich ist für ein Lens und dann sonst schwingt drauf und dasselbe Effekt entsteht eben noch hier und ich habe schon mal so Workshops organisiert wo dann so Kollektoren die selber gebaut haben so ähnlich wie das an der Balsenwand in der Süden Fassade da gibt auch dann keine Luft wird abgesaugt ein bisschen wie mit dem Heizkippern und wird warm durch das Blech und dann gesaugt und kriegt in die warme Luft eine Menge Raum das ist ganz praktisch die Systeme wenn zum Beispiel eine Hütte wo keine Heizung ist die ganze Wand lebt das springt automatisch in ein kleines solarpanneau für Strom zum ventilator ventilator und dann geht das immer durch lüft natürlich da bleibt nicht die feistigkeit die luft stehen das bringt schimmel und so wird warme luft dran gedrückt und durch die riz die an den fenster sondern überall sehen könnt die feist luft die dran das geht raus natürlich automatisch ventilation das selbe gilt doch gibt so Konzepte da haben wir einen warmen luft kollektor am dag und dann die luft wird abgewirbt die geht dann rauf da geht dann hützt an 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 wand am stehen gespeichert und auch am Boden du hast dann der ventilator der saugt dann und da strahlungswärme von der seite und auch von innen und da ist dann ein klapp wo ich kann zau machen je noch jahres zeit wenn nicht zu viel hat zu viel ist da ist ein tiny house man denkt warm luft kollektor ganz einfach und könnt die sich für stelle für schweiß schief placken zu holen alles ja tappt schwarz zieht sonnenstrahlen und dann steht warm luft und die luft geht dann raus gesaugt genau und da geht es dann zu trocknen wo geht es für zun zu nutzen das ist auch eine interessante alternativ die kann ich auch selber bauen wenn ich handwerklich schraubt so kann das ausgesehen der teuer ist zu bikerisch da sind her den kische schaf das 70er 80er hat den einfach so hängeschrank geholt und dann die grilla dran gemäht da gesehen den der kollektor der sieht ein bisschen aus wie der hier guckt da so rauf und du hast dann einfach so ein Fliegennetz für dass keine Insekten kommen du kann Obst dörren oder Kräder und so und hier hat nicht so ein Reküpp so ein Klosch für das nicht drarren ne voilà und haben sie ein paar andere Modeller und haben sie noch im Internet den Dote gebaut zu Esch an einem Gemeinschaftsgaard wo wir zwei Samstag da drauf geschraubt und ja hat sie ziemlich ähnlich Ich hatte selbst den Plan geholt wie hier für den Sticker auszuschneiden und so auch mit so eine kleine Räder Schadeau und kann ihn abklappen und dann die viel Gefacher dran und kann ihn noch viel abklappen je nachdem wie viel Sonn ist oder nicht viel Sonn ist dann muss die Hörner klappen ab aber mehr Sonn ist da muss die Sonne darf nicht viel stauen dann müssen die zweite Klappe ab so kann ich besser regeln Voilà Photovoltaik ist ganz interessant für Wertfeld Panouen wenn ich gucke die letzten 30 Jahre der Preis im Mänse aufgegangen ist früher also für rund 20 Jahren hat den Anleger der Dreifachkast von dem was der Haut kostet und Panouen waren lange nicht so stark da die Panouen von 120 Watt 150 Watt 180 Watt sind Panouen schon bis 400 dann rüber Viren Bremse kriegen vom Staat das ist 20% vom Nettobetrag muss um Gebäude sein das geht nicht das geht nicht da haben ein Flachdach das geht viel also vor Jahren war schon in der Schweiz auf verschiedenen Kongressen da habe ich oft gesehen dass Architekten die haben ein Flachdach so am Platz Süden das besser Ost West Watt und wenn ich mei ist schon direkt auf den Heiten die Osten gucken und direkt in Echte Peak und dann geht bis rauf und dann am Noamitten nach Enke bis Feier fin war Obers in Zweite Peak wenn Sonnen nach West fortgeht in meiner Fall alles in der Mitte Storn und wenn ich so viel wie mich selber benutzen besser das mehr verdeelt auf den Dach pardon also muss wirklich ob der Höhle vom Gebäu sein und mittlerweile geht immer mehr geguckt weil die Preise sind günstig für Gebäuer selber zu verkleiden an Platz also an Materialien die einfach der Witterung soll stand halten natürlich ist der Winkel nicht optimal wenn vertikal ist trotzdem weil Strom eben eine ganz edel Energie im Vergleich zu Hötst und für all Kilowatt die kann nutzen sie wird für Klimaanlage sie für Ventilatoren für Server als immer einfach in gut Energie die kann nutzen durch ein bisschen devolution und in 70er jahren da waren der Preis 75 Dollar pro Watt und 80 war das schon weiter aufgegangen und haut sie immer 25 Cent pro Watt das macht dem Menschen dass sie viel mehr kann pannungen ausleihen genau und Primen wie ich gerade gesagt habe die 20% gehen auf den auf den Nettobetrag das ist Montage da ist gerüst alles was dazu gehört 20% 10.000 plus CWA dann 2.000 Euro für Primen bannend 1 zu meint muss ein formulär ausfüllen und dann kriegt die Söhne das geht ein 2 variante und das das tut die 50% das klingt ganz verlockend das wird aber nur deal weil hier kriegt einen bestimmten Einspeisetarif für 15 Cent das ist ein künstlich gehoffener Einspeisetarif den das Ganze finanzieren das ist der Staat garantiert dadurch während 54 Jahren und dann hier kriegt das nicht mehr du kriegst nach dem Marschispreis also alles was ich nicht kann selber nutzen geht wohl am Netz ich kriege vielleicht 15 Cent und Platz 15 Cent also das möchte sein dass viel Egeverbrauch hat ich denke zu Erel da waren Aldi die hatten sämtliche Tierchen voll und die hatten so Pannen wie heuer im Kaktus und die hatten einen Egeverbrauchstor von 87% war schon beeindruckend das die Neonfluten Klimaanlager die Frigo und Sachen sind alle von Egen Betracht betrieben gehen ganz wichtig die Limit für die 20% ist die 30 Kilowatt Lichtung wenn 32 Kilowatt mein Dachlein erkennt nicht ah ja Meter kare ist mässig du kann in so ein 50 Meter kare sind 10 Kilowatt Peek Drei Panno für 1 Kilowatt für 1000 Watt Lichtung an Panno hat eh Meter aber Meter 70 voilà das einfach pro Stunde das ist gut froh pro Stunde und wenn ich fünf Stunden Sonne habe dann mal fünf und dann da ja können dann ja ja das so bis vier und drei jahre ich weiß den datum nicht genau du komm den also komm gesetz prosumer produkteur konsumateur und das hat alles geändert dafür drin wird ein bisschen alles speisen nicht schon eng die vier und halve jahre ich hatte noch den klassischen kontrakt dort tisch du stung kräos für alles und das wird ein deal und mittlerweile geht den prosumer mit autokonsumation alles was nicht gebraucht geht natürlich ins Netz das brauche nicht selber zu schauen das geht automatisch das kriegt ihn dann zu dem Preis genau aktuell wenn er hat eine Anlage um die fertig abgebaut wenn die ins Netz geht den Tarif für das jahre das 15 Cent das sieht man auch schon du wenn du selber Maschinen die das verbrauchen natürlich wenn du gespürt weil mein Preis ausgerichtet für das Jahr ich bezahle 20 Cent pro Kilowattstunde aus dem Netz alles zusammen die Fixkasten die Variable Kasten schon ein Jahresbetrag gedeelt durch Kilowatt Stunden da kommen 20 Kilowattstunde dann kriege ich 15 das ist besser ich will mein Netz mein Strom die 15 Cent kostet wie 20 Cent aus dem Netz der teure Strom ist im Netz 4 4000 Watt war also das Limit die steuerfrei wenn die steuern zu bezahlen auf die Ström die verkaufen das war 4 Kilowatt das war so ein normal Gerät für ein Familienhaus was Leute konnten auf dem Dach machen alles die einfach ein Limit machen alles was triff war als Business konzider hat gesagt du bezahl doch steuern dort und sehen mich das nur auf 10 Kilowatt gehen weil das ist für mich lichtungsvoll Sinn haut das Turbill mehr wie der Turbill also kriegt ich noch mehr wie der Turbill drop dafür 10 Kilowatt Peak bei es gibt so das ist der Fall für die Zweit wie sie beim Steuern haben noch frohen aber wenn ich so viel selber produzieren dann habe ich kreditiert und in Form von Cash bekommen und in dem Moment habe ich nicht viel Steuern zu bezahlen weil da kommt nicht viel ran und 10.000 ran kreien als viel steuern und ich nicht von 100 verkaufen da habe ich nicht viel Steuern zu bezahlen das ist imposible geht um die zommer hoppen das ist nicht riesig 1000 2000 Euro rup geht die balkonskraft wirkt da krein nicht den balkonskraft wirkt von 1 bis 4 pannungen du hast einen kleinen wiesel riecht anstatt den matt bringen den speist direkt an das hausnetz auch aber ohne kontrakt mit kreos das plug and play in Deutschland muss ihn um melden bis 600 watt leist und 800 watt es geht nach kein gesetzliches kader mit das toleriert das ok ja das bringt etwas schon an der Mitte stand also von 11 bis den olivier kandor matt schwarzen hinwärter drei die ab süden gedreht sind 750 watt und steht am fange los ab wenn sie haben ab der noch seit 3 4 kilowatt im dach gemäht wird dann ist nicht viel ab weise also heutzut die verschiedenen Tarife jenow gräst von Anlage der ist von 0 10 1 das rutschen schon rüber dafür guckt immer also die die schreibt die guckt dann immer dass es nur nach der Limit bleibt für die bessere preise kredit tisch 2022 15 06 euro pro kilowatt stunden die hat netzflöschen und du gehst schon ein bisschen manna und du noch ein bisschen manna von 30 aufwärts bis 100 voilà und dann alle jahres get da oder bis manna weil panne also die statuts ausgerechnet das system lebt schon jahren so das ist immer dekroissant als weil der preis von panne ruf geht aber ist etwas ganz interessantes geschieht der preis von panne geht rup durch die kris sind panne 30 prozent medaille zumal die aus asien kommen da sind mehr den transport im container was das praktisch verzentfacht den kastepunkt für den transport voilà also hier steht in der reinkau 110 kilowatt beziehungsweise kein steuer drauf voilà wo fanden dann die infos du hast den gesetzlichen kader alles von der welt noch sich cleverprim .lu da kommt ein ein seite die um sitte von myenergy myenergy heißt klima agence ja die haben die unum geändert und das ist von unität vom staat die die leiden informieren und sie haben verschiedene funktionen noch den klimapark anzuführen da geht den hei ob die hoppla da ist da ist da nicht drüber ist schon einfach gedrückt riet gut also hei die hat verschiedene also cleverprim da ho da verschiedene kastische mit verschiedene farben gro gering kriegen das kleine wundeln dann hützeln das gro da kommt er dann was ist dann du gehst rup ja dann hast hat mir einfach das hat ich das hat immer aktualisiert das hat hat das Schluss von dem gesetz bis 19 Dezember lebt das neid aus dem von schon ungelaufen gesetz ist nicht gestimmt die schafft immer die tüftel nach an der teuer sucht die al broschüre die hunde keine broschüren da war der neustart lütze burs das war am april 2021 ne 2020 war der durchgang mit covid da haben die aktion lanciert für die wirtschaft zu kurbeln da haben sie dann 50% ob alles vertermisch der näherung aus Isolierung Fassade alles für Technik also Heizung Erneuerung anzuführen das ist auch wirklich für die clever wohnen nicht das alles für Isolation umbelangt da isolieren für Heizen die verschiedenen Techniken da stehen immer die aktuell Primen das alles up to date und da haben wir clever solar und auf der Seite red haben die verschiedenen Texte Gesetz Gesetz Test Texte genau und dann guck mal so da du geht da weiter und jetzt kannst du heuer klicken die verschiedenen Etappen muss ich immer mal der Gemengen aufgucken wegen Solare nach die Gemengen die muss ich aufruhen Baugenehmigung sind das kein Problem also das gemengt zu gemengt verschieden voilà dann die verschiedenen Tarifen Tarifen jene größt von Anlage dicht weil die Anlage mehr groß ist für was du kriegst die Manner weil die Anlage mehr groß ist was der Preis pro Kilowatt hochgeht einfach wenn es maß wenn ich 1000 Pannen lehnen kann ich den mit 10 lehnen also vom Preis hier genau ok aufs sud gedreint sind da sind sie mit roh und grün das lohnt den anderen das rein wo ah ok die farbe mit der woche in was ganz nur ist dann wird so rot orange du genau das habe ich gemeint das Potentiel das ist auf der Seite du kannst klicken und schreibt in 12000 kilowatt stund joh man zum Beispiel dann wisst ihr schon haben da könnt ihr das multiplizieren durch mal die 15 cent dann wisst ihr wie viel Ertrag wie viel Euro er Dachfleisch produziert und hier habe ich ein Beispiel also ein Anhalt von 10 kilowatt peak so fast ungefähr 50 m² Dachfleisch produziert reichen einfach mal 1000 10 kilowatt stunden mal 15 cent da sind immer nach ja voilà der Preis ohne TWA da so in Richtlin pro kilowatt leichtung 1500 Euro da kommen 15000 Euro netto plus dann TWA und da kriege 20% vom Staat das sind dann 3.000 die aufgeben von den Doten da bleiben dann eigentlich 12.000 plus die TWA zu bezahlen der revenu tarif der Injection von 15 Cent das sind dann 1500 pro jahr voilà wenn alles aufgeht wenn ich ein Deal selber nutze da kriege ich die mir belich und ich kriege Männer von ihnen als Geld und mein Kunt mit der Strom rechnung auch mit klängen ich gewann die 15 Cent voilà und da geht verschiedene Freien der Kunt muss ich bezahlen der Kunt verbrauchen der Strom selber das ist 70 Euro jahr das nicht viel aus mehr und dann wenn die Assurance von die Assurance dann muss ich die Doten aufrechnen über 15 jahr und dann der Retour und Investment zwischen 8 und 10 jahr jener Produkte jener mark viele Faktoren die 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 spiel also der Benefiz bei 15 jahr wenn du ne ist gesprich dann wird das verdient schliess nicht wie das im Moment wo wir wissen ob die Spurkonten wenn die ein bisschen rup gehen kriegt das in Zeit von 15 jahr jahr Ich fahre noch mehr auf dem Schema, weil der Tote ist am Funk ganz nah, ich fahre auf dem Schema, wo ich am Funk abspeist, 20 Cent bezüglich für den Strom, den er steckt auskönnt, aber wenn ich verkaufe, kriege ich es 15, also nicht besser. Ja, ja, das ist der Marschuspreis. Was kann ich aufsetzen? Zinsen werden sie prima. Die Leute, die hundert, die sind vielleicht nicht direkt, weil die Banken, die sind direkt mit Zonen an, sind sie d'accord, weil die wehste Städtaushandlung an den Garantie hat, da kann nicht viel schief kommen. Die Amortisation, die kann ich in über 20 Jahren aufsetzen, also der Betrag, das ist der Nettobetrag minus die Prim. An diesem Beispiel hat man 3.000 Euro Prim, das ist für 15.000, 12.000. Die 12.000 Euro, die kann ich in über 20 Jahren aufsetzen, das ist 21.600 Euro pro Jahr, da geht man in einem Posabelruf. Das ist die, voilà. Und da geht eine Spezialamortisation von 8 Prozent, die heißt Bonifikation d'Impôt sur Investissement. Aber recht bei einer Anlage über 12 Kilowatt Peak muss das sein, drinnen muss das nicht sein. Mit großen Anlagen, da geht eine riesige Anlage für über 100 Kilowatt Peak, da ist das schon ganz interessant. Da kriegt man noch einen steilischen Fiedel darüber. Es hat bestellt, so ein Panneau, da gibt es ganz komische Sachen, aber das ist natürlich Aluminium, drum Glas und dann Silizium, das ist ein bisschen so ein Kristall, das gibt es zehn verschiedene, also minimale Quantitäten von anderen Materialien, die vielleicht ein bisschen mehr bedenklich sind, aber im Vergleich zu anderen Energiequellen, in Englisch, als CO2-Bilanz, aber relativ gut. Und kann Ihnen, 25 Prozent vom Material kann Ihnen richtig klein sein. Und dann, ich kann mich erinnern, das war 2005, 2006, da war ich auch auf seinem Info-Ovent im Hauwald, MyEnergy, und da haben Sie die Demo doch schon gesagt, ja, das braucht doch so viele Jahre, bis die Energie rübernässt. Nee, das ist einfach nur ein Jahr. Die Energie, die man muss aufbringen, um ein Solarpanel herzustellen, das hat in einem Jahr den Panneau zurückproduziert. Und da muss ich bedenken, wenn das so high an Eisenbreiten gerade. Wenn es in Afrika ist, wo zweimal oder dreimal so viel Sonne hat, wie Sonnendicht, wie Kap Verde, und 340 Dicht Sonnen am Jahr, dann hat die Energie nach Miser jahren zurück. Gerade da, wo so Inseln, wo sie nach Dieselgeneratorn, wo die Strom produzieren. Genau. Autokonsummation, ja, alles, was ich selber nutzen kann, soll ich schon nutzen, ohne Batterie, das ist schon ganz interessant. Da können Sie eine Ration von 25 bis 40 Prozent, je nachdem, wie viel ich Strom brauche. Und dann sind hier die 5 bis 10 Kilowatt, äh, pardon, Cent pro Kilowatt, die, wo ein Preisviertel gehört, je nachdem, wie höchste Preis ist, in Deutschland bezahlen sie 32 Cent pro Kilowatt. Und an der heutigen Seite, neben Autokonsummation, da hast du Besuch, und das muss man abkaufen, und das Teil ist zu viel, das geht verkaufen. Das Teil ist auch für mich, mit das, das ist viel zu viel. Meine ist, dass man nach Kängsson, da muss ich ein bisschen abkaufen, oder das brauche ich, das ist zu viel, oder das geht's doch gehört, und dann aber 3, und alles muss ich natürlich für zu kochen, und so muss ich natürlich auch abkaufen. Voilà. Da wäre ich, das ist ein Haus, so nicht auf einer Wirtschaft, der Mann, der in Rechnung, der hat sich früher, ca. 80.000 Euro für Strom, ein Stromausschluss zu kriegen, für was, weil das ist eine komische Situation, da so fällt weh, du hast just ein Haus, und die sagten, nee, das ist, für das Wasser konnten sich da zwischen zwei Häuser an die nächste Strasse ausschliessen gehen, und Wasser an den Auffluss, mir für den Strom was gesagt, nee, 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 mir für eine Schöne, die wird teffentlich wohl publik, und das hat für jeden ein riesiges Budget bedeutet, an der Hotel sich Solarpanneum auf seinen Dach, gemischt man 12 Kilowatt, oder so. Ich meine auch so, nur, weil ich gelaufen habe, das Summen, ich werde da denke, besichern, natürlich, das sind die drei Solarinverteren, wie sie richtet, die den Strom vom Dach umwandeln, und das gibt dann eine Batterie, und die Dote, die produzieren, den Wieselstrom, das sind drei Stück, weil man drei Phasen haben, die man nicht verbunden hat, für den Drehstrom herzustellen. Genau. Also, das ist wirklich eine Inselanlage, die ist nicht im Netz, und die muss viel mehr spürsamer mit dem Strom umgehen, die hat natürlich kein Wärmepumpe, noch von den Neuthauses, noch am Gang mit der Fassade und so, und eine Palletheizung, eine 30 Kilowatt Batterie, und eine andere Gas, ein langer Flasch, viel zu kochen, und du brauchst ziemlich viel elektrisch, wenn du elektrisch kochen willst. Und das funktioniert. Und das war ein Nass, er wohnt auch nicht ganz dran, mit jeder Erfahrung, und das war schon gemäht. Da gibt es aber viele verschiedene Zuchten, Hausspeicherungen, Batterien, viele verschiedene Marken noch, die Giesu ganz designmäßig, ganz elegant gebaut, damit es nicht so plump wirkt, sondern eben schön. Du hast gesagt, in deinem Auto, die Luft, das ist ein Hausspeicher, die Wäschmaschine kann darüber laufen. Natürlich, wenn ich Solarstrom selber nutze, dann muss ich meine Wäschmaschine nicht nur zuun, oder oben, eher zu Schlufe gehen, und Spülmaschine auch nicht. Die müssen dann da rein. Am besten kann ich sie programmieren, wenn man das im Zweifel erlebt, dann wirklich die Chancen, dass die Sonnenschränke viel mehr groß sind. Und da kann ich, wenn ich meine Batterie, kann ich den Autarkiesgrad, eben von den 30, 40 Prozent, rauf, auf 60, 70, schon raufkommen. Und das ist das, den Audi, was ich wiederum erwähnt habe, 86,7 Prozent E-Bedarf. Ich fand das wirklich impressionant. Die andere lebt bestimmt schon 6,7 Jahre. Die hat keine Batterie, mehr, weil sie da sind, aber viel Strom brauchen, als das wirklich, ja, können sie viel selber nutzen. Was kann ich noch mit Solarstrom machen? Natürlich, die Autor lüten. Die Autor brauchen viel. Viel Energie. Eine Batterie von dem Auto müssen so ein bisschen 218, die ist eine Batterie von 50 Kilowatt, ungefähr, Kilowattstunde. Die lüten aber relativ schnell, lüten wir 10 Kilowatt pro Stunde, da ist eine Feuer, das ist ja nicht ganz alt, eine Feuer bis 5 Stunden in der Autor im Fall. Da fuhren wir 250 Kilometer, 280 Kilometer. Voilà, das anfangen die Batterie auf Räder. Für die Situation steht, man nicht mehr viel zu fahren, das Stromgut, die speichert das mehr, da kommen immer mehr Systeme raus, immer mehr Autos, Hersteller produzieren, Systeme, wo ich kann, in zwei Richtungen Strom. Der klassische, das wird aktuell, wie Eisen, da kann ich just, Strom aus der Steckdose ran, an den Auto, da gibt immer mehr Autos, wo ich kann, in die zwei Richtungen, bidirektionell. Da ist auch was für das Kacheln, dann hängt mein Auto drinnen, und dann höre ich Energie aus dem Auto, für die Kacheln. Voilà, der aktuellen Strompreis, so um die 20 Cent, dort die Konsommation, dann 15. An Charger-Borne, die sind noch gut angezogen, da sind wir bei 35, Tendenz steigend, schon noch schon für Preise höhere, für Supercharger im Ausland, in Euro der Kilowatt. Bis zu zwei sogar. Da geht doch profitieren, Leute brauchen das, dass er im Ausfängnis von etwas, und da geht doch, ah ja, da kommen, dann, ja, ging er an die Kiste gerufen. Balkonkraftwerke, die haben das vorhin erwähnt, das kann auch dekorativ sein, das ist ein Mikrowechselrichter, ein Mikrowechselrichter, bis 800 Watt, das erlebt, in Deutschland 600 Watt, in Holland gehen über 100.000 über Anleihen, und in Deutschland hat es auch, zum 12 von über 50.000. Wenn er da sieht, das ist am Anfang so eine App, die über die kleinen Dunkel da lebt, das ist der Smarty Plus, wenn ich will wissen, was geschieht bei mir am Netz, ich sehe ihn nicht an die Kabel ran, aber die App, die weiß man nicht. Das ist bei mir, da hätte ich dann, oder, ja, schau mal bei mir. Auf jeden Fall, in der Mitte Stunde gesagt, alles, was dunkelblau ist, das ist an das Netz, du hast Energie hochgeflossen, weil mir produziert das durch das Balkonkraftwerk wie Gebrauch gehen, also der Frigo, Tiefkühler, Fritzbox, all die Sachen, die waren aufgedeckt und waren ein bisschen mehr und da ist eben ein Netz, hochgeflossen, kriegt ihn zwar nicht, dafür, mir da ist einfach viel zu weisen, also, da erkennt ihn, da ist eben den Gebrauch, da haben, den Energiebedarf war da komplett gedeckt, sieht er da, voilà, es macht dunkel, kostet 35 Euro am Inno-Shop oder am Let-Shop, kann ich nicht bestellen, ich bin auch nicht bestellt, ich gucke genau da, ganz fleißig, da ist immer interessant, ich sehe von heute, wenn die Examenpumpe lebt oder wenn die Pide lebt, dann lebt ein Duschlauverheater, das sind dann direkt 8000 Watt, genau, voilà, was brauche ich noch, gibt es doch gewisse Sicherheitsmaßnahmen, die schon so viel gesehen, und zwar so ein FI-Shouter, ein Differential, so ein Franzosen, eine Kastron, 50 Euro, Monofas, für all das schon, für das nächste Geschichte, wenn ich will gesehen, das Boll ist, für jetzt, wenn du reinlebt, du gehst in verschiedenen Wattmetern, die muss in zwei Richtungen, die muss in, normalerweise muss in, die muss in, weil das der Steckdus rauskommt, an mein Frigo zum Beispiel, an den Heidekan in die andere Richtung muss. Genau, da steht 20.000, ich habe nur noch eine Zölle, für 50.000. Ich habe das Gefühl, es ist doch möglich, dass die Ström den Differential produziert, wenn der Strom kommt und zurückkommt. Tja, das ist genau das, das sind die Blu, ne, das ist doch nicht bis 800 Watt, das ist doch nicht oder? Ja, das ist doch nicht das ist doch nicht wenn ich so, an der Boll, zum Beispiel, ganz viel Aal, traditionelle Zähler, von denen den anderen wehdrehen, bei ihnen ist das so, weil sie, an der Boll, du kriegst, keine Prima-Injektion, da hieß, du gehst, wie viel verbrauchst am Jahr, 5000 Kilowattstunden, okay, da müsste 5000 Kilowattstunden auf den Dach, die so viel am Tag, am Jahr produziert, und dann hilft das sich auf. Wenn ich mehr verbrauche, das muss ich nur bezahlen, aber wenn ich Männer verbrauche, dann ist das fort. Dann ist ich mehr produziert, als das verschenkt. Und da lebt ein Zähler wirklich, mal so, mal so, und da ist nicht verbunden. Und du gesagt hast, das zurücklaufen, das ist das, das ist wie wenn du zurücklaufen. Wenn du einen traditionellen Zähler hast, du gehst dir Strom an, ein Schick und Schandnetz. Für mich in einer großen Anlage geht es auch Strom an das Netz. Das ist schon ein Anlage von 5,8 Kilowatt, aber da hat es schon über 5000 Watt, die momentan also die an das Netz gegangen sind. Und das ist die Lichtung, die da annonciert geht, das ist wie so oft, das ist eine theoretische Lichtung, die geht gar nicht errichtet. Und wann, die höchste Produktion hat die nicht am August, die hat die nicht am April mehr. Weil dort noch mit Kahl aus der Bau sind, die Atmosphäre ist mir proper und da können man mehr Sonnenstrahlen an, mehr statt, mehr intensiv Sonnenstrahlen. Ja, voilà. Und die dort, das kann ich nicht vermessen, das kann ich 200 Euro kriegen schon so Mikrowechselrichter. Das denkt natürlich von der Lichtung auf, von der Mark, vom Hersteller. Mikrowechselrichteranlehrer geht doch am Großen für die Fotos hier. Die gibt zum Beispiel 50 Pannellen und zwei Pannellen mit einem Wechselrichter und einem Mikrowechselrichter. Dann ist das hier, da geht direkt Wieselstrom gemacht und da geht Wieselstrom rauf. Und bei der normalen Fotovoltaikanlehrer sind die unter einem reingeschaltet und da geht gleich Strom rauf. 600-700 Volt. Und ja, der Nordele, wenn in dem wirklich um der geht, muss auf dem Dach klammern. Die Hunde haben das unempfindlich steht auf Verschattung. Wenn jemand kann meinen Hunde beschädigt, wenn ein Panneau blenden das weg. Und wenn ein Panneau den neist bringt, der Rest der Anlage funktioniert über 100%. Und da ist ein Tableau mit Mikrowechselrichter nach Doma bauen. Nur 25 Jahre wird der Strom geklärt. String Wechselrichter ohne Optimizer und Mat Optimizer. Optimizer ist ein Apparat, das ähnlich wie der Wechselrichter kann auch die Lichtung optimieren. Es gibt verschiedene Systeme. Ich will nicht zu viel in Detail gehen. Hier sind wir bei der Batterietechnik gekommen. Was alle kennen ist die Bleibatterie im Auto. Dann haben wir eine Lithium-Ionen-Batterie wie Tesla. Die ist Tesla und die hat einen D. Und der Redox Flow gibt verschiedene Anatechniken. Wichtig ist die Lebenszyklen Dauer. Die variieren vom Faktor 10, von der Bleibatterie zu der Dota. Lithium-Ionen 2000, 3000, das hängt immer von Hersteller zu Hersteller auf. Aber auch die Energiedichte. Wie viel kriegen ich an bestimmten Behältern von Energie noch zum Gewicht? Wie schwer ist die Batterie? Weil alles was bewegt, das Gewicht ist natürlich wichtig. Da sind nicht zu viel Gewicht. Ich kann mich erinnern, wie ich jung war, vor 30 Jahren, da war die Technikzeitschriften von elektrisch Auto und das Bleibatterie. Die hatten 400 Kilo Bleibatterie und eine Autonomie von 60-70 Kilometern. Das war in der Zeit gestanden. Die erste Stromspeicher 10 Jahre haben sie noch ganz viele Stromspeicher mit Bleibatterie und mittlerweile nicht mehr. Das ist ganz riesig. Das machen sie nicht mehr. Degression, eine Abnahme vom Preis, das ist ziemlich flagrant. Man hat zehn Jahre, wie viel das raufgegangen ist. Es gibt viele verschiedene Dauer sagen. Hoppla, wir haben schon gedrückt, das war nicht zu lange drüber gedrückt. Sodium aus Natrium und so. Sie sind da doch Salz batterie am Erdschiff und so sie wollten Salz batterien, aber die nicht lieferbar an den Sägehängern und Lithium Batterien bekommen provisorisch bis die anderen kommen, also kommen irgendwann Salz Batterien. Die sind auf jeden Fall nicht entzündbar, den Elektrolyt ist einfach eine Natronlauge, das ist total ungefährlich. Natürlich groß Gewicht nicht für Natrium zu verhören. Da das zum Beispiel den Hersteller von Salz Batterien entspringen die in Österreich. Du koste 6 Kilowattstunde über 10.000 Euro. Das ist eine Neutechnik, das ist nicht so viel, also für einen höhen Preis. Da geht es noch die Vanadium Redox. Das ist ein bisschen komplizierte Technik, du hast eine Pumpe, die den Elektrolyt darunter transportiert, aber das ist auch für mehr groß als 40 Kilowatt. Das ist nicht für eine kleine Batterie fängt mit komplizierter Technik. Das große Vorteil verliert keine Kraft. Man kennt das vom Handy, nur zwei Jahre, das Handy schon zwei Jahre platt. Das geht nicht. Man verliert keine Kapazität. Mit Tablo hat viel Wert Gewicht natürlich beim Blei viel Gewicht, Lithium und Andergewicht Zyklen ist ganz wichtig. Oft kann ich die Batterie nutzen bis ich 70% der originalen Kapazität sind. Wie dimensionieren ich eine Batterie? Du kannst eine V-Straße für 6 Kilowatt Stunden um der Batterie 6 Kilowatt Stunden 6 Kilowatt Stunden genau um da und dann Solarmodulen auch für plus minus das Verhalten ist. Preis die variieren 15 Kilowatt Stunden 15.000 es kann eine Woche schon anders sein. Je noch Qual. Es kriegt eine Präume das ist noch nicht viel da sind noch Präume viel gesehen die werden vielleicht in einem guten Jahr werden die raus kommen 10% vom Preis der Batterie das ist nicht ganz viel und ein Maximum für 1.000 Euro. Wenn ich das kombiniere mit Abspeisung kann ich mehr nutzen von dem Strom. Ich sehe schön durch. Hier ist eine Inselanlage wo kein Netz oder Rezo ist schon in Sonnepanne und schon das der Wesselrichter Inverter Batterien und dann Inverter der Wesselrichter das von Datei Das ist ein Wesselrichter kennt wahrscheinlich aus dem Camping Bereich Da habe ich so Sachen je noch Licht und 1.000 Watt bekommen 3.000 5.000 Watt eine Woche mit kleinen 300 Watt geht auch Das Haus zu Eppel ist wirklich an der Pampa die sind total off grid an die haben Solarpanne die eine ganz dicke Batterie haben und drei Wesselrichter von dem was vom Dach kommt und drei Wesselrichter die Drehstrom Drei Fasenstrom produzieren Ziemlich teuer als Anlag Gewicht Bei Hayas Do-It-Yourself Das sind die Dote Batterien Lithium Eisen Phosphat Da ist eine immense Energie Dichte dran Das sind 280 Amp per Stunde Da kann richtig viel Power machen 8 Steckt der Dote Das Watt Und er kostet 7 Kilowatt Stunden Für relativ günstiger Preis weil dem Do-It-Yourself was Genau Also Da hat den den Laderegler der guckt wieviel Batterie wieviel rauf schickt Bissi beim Auto Dämmerer hat ja auch so ein so Regler und dann hört den wie sie riecht der produziert in 230 Volt Wir probiert ein Trennschiff an den Fön gleichzeitig Das ist Problem Das ist die selbe Trennchiff hat und hier von Nürven gesehen da sieht die Trennchiff von Nürven Hier ist zum Beispiel für Vergleich eine Autos Batterie Da ist ein Auto für Fütter gewählt Da verkaufen sie dann 15.000 Euro für 82 Kilowatt. Da muss man natürlich in den Schrauben gehen, das muss man ganz anbauen, das ist wirklich für Bastler. Da gibt es auch Anwendungen für den Solar zu kacheln, oder Heu, man sagt Solarofen, oder ganz regionell fand ich so ein Problem. Da braucht man viel mehr an der Schule zu basteln, so eine Flasche an den Radern. Und dann bleibt die Hütte mehr hier drin, dann kann man da besser wie heute Wasser erhitzen. Ein Energieatelier bietet mir eine gratis Berodung, ganz neutral. Wir schauen mehr oder weniger, was Geld ist, und dann informieren wir auch über die Subsidien. Wir gehen eine Meinung über die Wien, ganz neutral. Wir schauen, was mit wem geht. Die Prozedur, was er machen muss, also wer muss weggehen, was muss er wegdrehen, 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 das hältst du ein bisschen viel bei ihnen. Und dann noch schauen, die Rentabilität bei einer Batterie. Im Moment sind die Batterien ein bisschen teuer. Die Batterien, die sind wirklich an der Boutique, die sind ein bisschen teuer für alle Strompreise. In Deutschland ist das ähnlich. Du hast den Preis mehr teuer für den Strom, den ich abkaufen an den Tarif der Injection als mehr klein. Und da muss ich den Batterie schon rumsetzen. Ja, das war's. Das war's. Ja, das war's. Vielen Dank.